Hey Leute! Heute zeige ich euch mal, wie man aus weißen Küchentüchern den bunten Regenbogen machen kann. Dafür brauchte ich Filzer, zwei Gläser und Wasser. Ich muss mir meinen Küchen abmachen. Jetzt schneide ich sie durch. Und jetzt vermale ich die Regenbogen. Ich mache zwei Regenbogen. So, und wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr die zwei Gläser, füllt sie mit Wasser, und dann kommt sie mit Wasser. Moment, das ist ein halb mehr, also kippe ich das. Ups! Aber es kommt ja eh nur in die Gläser. Es ist nicht auf meinen. Es ist gekommen. Es ist nicht aufgekommen. Los! Und Achtung! Fertig los! Yippie! Das ist cool! Das ist ja super cool! Die der Brust Hand usb! Gleich ist es zusammen! Gleich ist es zusammen! So, das war mein erstes. Das ist jetzt mein zweites. So, ich zeige euch mal noch was cooles, wenn wir hier auf dem Teller Wasser drauf machen und das drauflegen. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, abonniert Helga's Land. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.